Musik Giovanni Carter, der gebürtige Sarde aus Cagliari, lebt seit nunmehr 40 Jahren im Friaul. Er ist in seinem Restaurant Lidune Patron und Küchenschef zugleich. Trotzdem Giovanni eigentlich schon Friulaner ist, sind die Einflüsse seiner Heimatinsel Sardinien in Küche und Restaurant nach wie vor deutlich spür- und schmeckbar. Musik Giovanni Carters Küche ist spezialisiert auf Fisch und sein Credo ist Qualität und Natürlichkeit. Den frischesten Fisch, der absolute Grundvoraussetzung ist, dürfen auf den Tellern nur Olivenöl, ein Spritzer Zitrone und Salz begleiten. Giovanni Carters legendäre Spezialität sind gegrillte Thunfischfilets mit Pfannengelüse. Das ist sein Takt, der die Grillzeit vorgibt und einem das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt. Musik Musik Le Dune Ein wunderbares Restaurant mit einem kochenden Patron, der nicht nur sehr originell ist, sondern seinen Gästen auch allerbestes kredenzt.